Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstag, der 19. Dezember 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 272 und wie ihr sicherlich bemerkt habt, heute auch mit dem richtigen Datum. Entschuldige nochmals vielmals den Verdreher von gestern. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei oder ich, Hans gesagt, hoffe ich komme bis zum Schluss. Meine Stimme will nicht mehr ganz so. Amazon, Skype, Sirup, Samsung Update, Windows Hello, Mozilla und Apple Watch. Mal schauen, wie weit das ich komme. Bei Amazon hört man immer wieder mal, dass sie eben ins stationäre Geschäft möchten. In Amerika haben sie ja da Whole Foods dazu gekauft und da soll es bald soweit sein. Nun hat der Deutschlandchef Amazon gemeint, dass es auch in Deutschland so sei, denn 90 bis 95 Prozent des Umsatzes geht über den stationären Handeln und da möchte sich Samsung, da möchte sich Amazon natürlich partizipieren und auch ein bisschen mitmachen. Verständlich und ja, mal schauen, ob sie das aus eigener Kraft machen oder ob sie es auch irgendwie über eine Akquise machen bei euch in Deutschland. Ich bin gespannt und ja, liefert mal. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es gab ein Update, ein lange nötiges, denn Skype hat sich ein bisschen verscherzt mit seinen Nutzern, mit dem vorletzten Update, was sie für ihre mobile Version rausgehauen haben. Gut, ja, auf dem Mac und auf Windows ja eigentlich auch. Das Ganze war ein bisschen zu bunt, fast ein bisschen kindisch irgendwie und deshalb haben sie da auf iOS-Seite vor ein paar Wochen schon nachgebessert, jetzt endlich auch auf Android-Seite. Sprich, es ist dünkler geworden, es schaut deutlich aufgeräumter aus und nicht mehr ganz so kindisch gut gemacht und ich hoffe, da sind jetzt Ihnen nicht allzu viele Nutzer abgesprungen. Sei doch zu hoffen. Syrup ist eine Plattform à la Amazon hier in der Schweiz. Die hatten wir ja schon mal, die haben zusammen mit Matternet eine Drohnenauslieferung getestet und Mercedes-Benz genau ist da noch mit dabei und das geht weiter. Sprich, da ist man jetzt in dem finalen Test quasi und da gab es eine ziemlich, fast eine unschöne Kollision mit einem Rega-Helikopter. Rega, ich glaube, das kann man so in etwa mit ADAC vergleichen für die deutschen und österreichischen Hörer. Ja, die hatten schlecht Wetter und sind relativ tief geflogen in den Wolken und da dann eben fast zusammengeknallt. Ziemlich unschön, vor allem, wenn es dann dadurch jetzt halt das Drohngesetz nochmal ein bisschen mehr angeschraubt wird. Es bleibt zu hoffen, dass dem nicht so ist, zumindest gegenüber PC-Tipp.ca haben sie gesagt, dass sie ganz stark mit Skyguide, mit dem Batzel, dass neben die verantwortlich sind für den Flugraum und mit der Polizei in Gesprächen gewesen sind und das Ganze abgestimmt haben. Daumen drücken, dass es besser weitergeht für die nächsten Tests. Samsung hat ein Update rausgehauen. Ja, es kommt vor, dass mobile Smartphones da ein Update bekommen in der Android-Ecke und das letzte Update vom Samsung Galaxy S8 und dem S8 Plus und so wie dem Note ist nicht ganz so schön, denn die drei Geräte haben ja die coole Funktion von der Dex-Station. Man kann quasi das Smartphone auf die Docking-Station setzen und dann wird das Bild einer Desktop-Version auf den Monitor gezaubert. Man hat quasi einen Computer mit dabei. Das haben einige Dritthersteller aufgegriffen und eigene solche Ladestationen oder solche Docks gebastelt und dem schiebt Samsung jetzt einen Riegel vor und hat mit dem neuesten Update auf Oreo, also Android 8.0 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, die Docks ausgesperrt. Ziemlich unschön. Da bleibt zu hoffen, dass es ein Fehler war und sie gleich wieder oder nächstens mit dem nächsten Update dann nachbessern. Es bleibt zu hoffen oder die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Ja, Gesichtserkennung. Bei Samsung ging es ja nicht lange, die hat man sofort geknackt gehabt. Bei Apple ging es ein bisschen länger und jetzt ist das erste Mal bekannt geworden, dass man Windows Hello, das ist die Microsoft-eigene Gesichtserkennung, die in Desktop-Rechner, in Laptops, in Smartphones drin ist, mit Hilfe eines speziellen Bildes oder Fotos hat knacken können. Wie genau das funktioniert und warum das möglich war, das könnt ihr nachlesen auf daily.geektalk.ch. Da haben wir euch einen Link nach Dr. Windows unter anderem beigelegt, wo ihr das Ganze nachlesen könnt. Dann gehen wir über zu Mozilla, denn die haben ihre Nutzer verärgert, zumindest in den Staaten. War ja vor kurzem schon mal mit dem letzten Zwangsupdate auf den neuesten Browser oder die neuste Browser-Version, die schnelle, Anführungsschlusszeichen, schnellere. Jetzt haben sie ein Add-on einfach nachgeladen, was nicht gross deklariert wurde und irgendwie einen komischen Beigeschmack hat. Das Ganze war durch eine Kollaboration mit Mr. Robot, einer Serie, oder ich weiß gar nicht, eine Geschichte mit Augmented Reality Spiel etc. Und ja, da ist einigen Leuten aus der Community ziemlich schief aufgefahren, wäre es mir auch. Und deshalb, liebe Leute bei Mozilla, überdenkt eure Strategie in dem Wege, sprich Kommunikation oder transparente Kommunikation ist sicherlich definitiv der bessere Weg. Mit Wearables hat man ja zum einen Big Data, man kann da einiges auslesen, Schritte, Herz, also Herzfrequenz etc. Und da gibt es ja immer wieder mal so Geschichten, teils Marketing, teils wirklich passiert, wie auch immer. Wieder passiert einem Scott Killian, der hatte mitten in der Nacht einen Alarm auf seiner Apple Watch, die ihm gesagt hat, dass sein Herz nicht mehr ganz so richtig schlägt, schlägt, wie es sein sollte. Im Spital wurde ihm dann mitgeteilt, dass er ziemlich nah am Tod vorbeigegangen ist, weil eben, ja, es hätte sein können, dass er nicht mehr aufgewachen wäre. Dafür gibt es eine App, und das ist eigentlich, wie gesagt, eben vielfach wahrscheinlich auch Marketing, aber ich finde die App sehr gut. Ich glaube, wir haben auf dem Bukipsi.ch Blog auch eine Review dazu, Hardwatch, die könnt ihr euch installieren, und dann misst eure Apple Watch, eure Herzfrequenz, und gebt an, wenn es eben mal nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Der Jan und ich nutzen die App ja beide, und ja, wir können die wirklich nur empfehlen. Macht definitiv Sinn. Vom gleichen Hersteller gibt es noch eine zusätzliche App, die euren Schlaf überwacht oder trackt. Schaut es euch mal an. Eine kleine Empfehlung, Link mit dem Beitrag ist natürlich bei uns auf daily.geektalk.ch. So, aber jetzt genug der News. Ich schone meine Stimme, damit ich morgen wieder für euch da sein kann. Und ja, wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Bis dann. Euer Bukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.